Das große Finale. Spiritueller Krieg kurz vor dem Höhepunkt. Nur so können wir es schaffen. In diesem Video werde ich ganz wichtige Themen besprechen, die unsere Zeit gerade betreffen und jeden Einzelnen. Und warum es jetzt so wichtig ist, dass jeder Einzelne auch konkret über sich hinauswächst für ein Ergebnis, welches für unsere zukünftige Generation, unsere Kinder, für alle besser ist als diese transhumanistische Welt der Unterdrückung. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Bleib dabei, kommentiere nachher und teile es, wenn es dir gefällt und wenn du sagst, das müssen auch noch bekannte, verwandte Freunde von dir sehen. Hey, hallo, mein Name ist Felix van Frieden. Ich bin Gründer der Van Frieden Akademie und wir unterstützen Therapeuten, Heiler, Coaches und Naturmediziner dabei, online maximal erfolgreich zu werden. Einfach damit diese Menschen noch mehr ihre Hilfe verbreiten können, mehr Menschen helfen können und auch in der Fülle leben. Wenn dich das interessiert, klicke hier unten auf Instagram oder komm in die Soul Business Show. Da bekommst du mehr Informationen. Also, zum heutigen Thema. Das große Finale. Wir sehen es, die Lage spitzt sich auf allen Ecken und Enden immer weiter zu. Stehen wir vor dem großen Finale? Meiner Meinung nach sind wir noch ein bisschen davor. Das heißt, wir haben noch Zeit, uns vorzubereiten. Aber wer weiß, wann es wirklich richtig losgeht. Und an einigen Teilen geht es auch schon richtig los. Also, es ist ja immer so, wir sind vielleicht nicht alle gleichzeitig im großen Finale. Manche spielen schon mal ein Finale, dann geht es wieder runter. Und diese Sportanalogie funktioniert da, finde ich, sehr gut. Wir waren schon in einem Vorfinale, kann man sagen, vor einiger Zeit. Und auf Teilen der Erde ist jetzt auch das Finale. Aber wir hier in Deutschland stehen gerade in einer Zeit, würde ich sagen, wo wir uns gut vorbereiten können. Wo es noch relativ ruhig ist im realen Leben. Man wird nicht direkt körperlich oder irgendwie sonst angegriffen. Das meiste findet in den Köpfen, in den Emotionen statt. Und da ist ein ganz, ganz großer Krieg. Aber der ist nicht weniger schlimm oder weniger dramatisch. Wobei, wir haben auch schon die Übergriffe in den Körper des Menschen. Und das ist ganz enorm, was da passiert. Und ich habe das letztens erst gehört. Was Menschen, die wirklich hellsichtig sind, die hellfühlend sind, was die sehen, was passiert, wenn ein Mensch so einen Vertrag mit der dunklen Seite schließt. Und diesen Vertrag schließt man, indem man gewisse Substanzen in seinen Körper hineinlässt. Unglaublich. Also, Riesenthema. Muss man in meinen Augen reingehen, weil die Gefahr ist groß, dass man das zulässt. Und der Druck ist auch da, dass man das zulässt. Und, naja, auf jeden Fall sind wir in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Und jetzt können wir uns fragen, wie kommen wir da raus? Was sollen wir jetzt tun? Und ich bin jemand, der will wirklich viel dafür tun, dass wir da gut rauskommen. Weil ich einfach einen hohen Anspruch habe an mich, an das Leben und an die Arbeit, also an meine Arbeit einfach. Und das ist so witzig, 40 Stunden arbeiten, Work-Life-Balance und so weiter. In meinen Augen gibt es das gar nicht. Es ist eine völlig andere Sicht. Ich sehe es eher so, dass wir unsere Berufung, unseren Seelenauftrag leben und dann werden keine Stunden gezählt. Natürlich muss man Zeiten einhalten, um sich mit anderen Menschen zu verabreden und so weiter. Aber eigentlich werden keine Stunden gezählt. Als ich damals als Kind raus bin und Abenteuer erlebt habe, habe ich keine Stunden gezählt. Ich bin rausgegangen, so früh ich konnte. Ich bin nach Hause gegangen, so spät ich konnte. So wie ich durfte. Aber ich habe keine Stunden gezählt. Wenn ich mal einen Tag nichts tun konnte damals und es hat geregnet draußen und ich konnte nicht raus, das war das Schlimmste für mich. Ich habe teilweise geheult als Kind, weil ich dachte, ich muss jetzt was machen. Und diese Energie, die brauchen wir. Die brauchen wir in Bezug auf unsere Arbeit. Und ich fasse Arbeit nicht, da geht man hin und macht irgendwas und geht dann nach Hause und ist unzufrieden. Nein, die Arbeit, die jetzt benötigt wird. Und diese Arbeit, das ist die Seelenaufgabe. Deswegen heißt es bei uns auch Soul Business. Den Seelenauftrag beruflich leben. Warum ist das wichtig, dass wir Geld dafür bekommen? Also, ich sage es dir, ich habe beides ausprobiert. Ich hatte erst eine Zeit in meinem Leben, da ich gesagt, du hast es mir klar, ich muss reich sein. Ich muss reich sein für das, damit ich wirklich meinen Auftrag leben kann. Damit ich unabhängig bin von anderen. Und ich habe das gemacht. Ich habe gearbeitet, aber so wie ich arbeite, mit Freude natürlich und das, was ich liebe. Ich habe Geld verdient, ich habe Geld gespart, ich habe Geld investiert, all das gemacht. Das war vor dieser ganzen Virusnummer. Und dann kam das. Und dann bin ich in die spirituelle Welt so richtig reingegangen, dass ich dann auch das öffentlich gemacht habe. Vorher habe ich das ja mal für mich und in meinen Kreisen gemacht. Und dann habe ich es öffentlich gemacht. Und dann begann eine ganz besondere Zeit, da habe ich das nämlich nicht mehr so gesehen. Da dachte ich, okay, vielleicht muss ich ja gar nicht auch beruflich erfolgreich sein, viel Geld verdienen, weil es gibt eine Gemeinschaft. Und ich habe gedacht, und das war sehr naiv von mir, ich habe gedacht, die Gemeinschaft trägt das. Und ich habe dann tatsächlich zweieinhalb Jahre nichts verdient. Und anderthalb Jahre davon habe ich ganz bewusst gratis gearbeitet, weil ich dachte, ich muss kein Geld verdienen. Wir haben ja die Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt wirklich reingehe in dieses Feld und meinen Dienst anbiete, dann werde ich dafür unterstützt. Und da bin ich richtig auf die Schnauze geflogen. Richtig. Und das war unglaublich krass. Und ich habe gesehen, nur weil Menschen sich als spirituell oder bewusst ausgeben, heißt es noch lange nicht, dass sie das sind. Und es heißt noch lange nicht, dass sie bereit sind zu geben. Und wenn es dann ums Geld geht, dann wird es heftig. Dann wird es richtig heftig. Der Höhepunkt war, dass jemand zu mir meinte, von dem ich dachte, toller spiritueller Mensch, dass der sagte, als ich dann überlegt habe, auf Spendenbasis zu arbeiten, dann war ein Vorwurf, Felix, du machst das doch nur, um Geld zu verdienen, um nicht arbeiten zu müssen. Dieser Mensch hat grundsätzlich mein Wesen nicht verstanden. Denn ich liebe es zu arbeiten. Und ich liebe es auch, Geld zu verdienen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Und ich dachte aber, ich müsste es nicht. Ich dachte, ich könnte auch frei arbeiten und ich werde unterstützt von Menschen, die das sehen. Aber es haben nicht viele gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wenig, die so etwas machen. Ich persönlich kenne gerade einen Menschen, ich kenne viele Menschen und fast nur spirituell bewusste Menschen. Ich kenne einen Menschen, der wirklich sagt, ich nehme meine Arbeitszeit, die 40 Stunden oder auch noch mehr. Und ich gehe rein in die Themen und ich gebe mich hin und ich arbeite für Gott. Einen kenne ich. Also einen, nee. Genauer gesagt. Und das ist eine Christin. Und die ist aktuell in der Türkei und arbeitet. Und diese Frau unterstütze ich auch finanziell, weil ich das sehe. Und mir war sofort klar, als ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das funktioniert nicht. Bei mir funktioniert das jetzt nicht. Dieser Weg, ich habe eine Familie, Kinder und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht so hingeben wie diese junge Dame. Was sich sehr bewundert. Unglaublich, was sie macht. Und da habe ich gesagt, okay, nee, ich werde Geld verdienen. Und es ist kein Problem, Geld zu verdienen. Und was ich da gemacht habe, ist natürlich zu sagen, ich werde die Menschen, wenn ich sehe, da ist einer wirklich in der Hingabe, dann werde ich die finanziell unterstützen. Das ist doch logisch. Und ich war dankbar, als die Frau mich gefragt hat, Felix, kannst du mich finanziell unterstützen? Weil ich habe natürlich was gesucht. Und ich bin so der Meinung, entweder haben wir Geld, dann unterstützen wir irgendwen, der sich so hingibt für die Sache. Oder wir machen diese Arbeit. Natürlich oder auch beides. Im Idealfall kombinieren wir das. Aber es braucht manche Menschen, und es sind nicht viele, weil das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die wirklich reingehen und nicht für Geld arbeiten. Aber das ist heftig. Und die werden unterstützt. Aber auch die müssen unterstützt werden. Die unterstützt man da mit Spenden. Das braucht es. Da bin ich sicher. Aber für fast alle trifft das nicht zu. Weil fast alle haben dieses Stadium nicht erreicht oder es ist gar nicht vorgesehen in dem Leben gerade. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, es gibt diesen einen Weg, das ist der der Gemeinschaft. Und dann gibt es diesen anderen Weg, das ist der der individuellen Entwicklung. Dass jeder für sich schaut, was kann ich geben. Und ich habe beide Wege extrem ausprobiert über einen längeren Zeitraum. Mehr als beide so anderthalb bis zwei Jahre. Und dann habe ich gesehen, ich für mich muss das kombinieren. Weil das funktioniert so nicht. Und ich weiß nicht, wie extrem du drauf bist. Ich gebe dir ein Bild, damit du weißt, wie gehe ich an das Thema Arbeit ran. Vielleicht kennst du Phil Jackson, Michael Jordan und Dennis Wattman. Und die Chicago Bulls. Wenn nicht, ich gebe dir einen kurzen Überblick, was die geleistet haben. Und das kann dich vielleicht inspirieren. Lass dich darauf ein. Phil Jackson war der Trainer von Michael Jordan und Dennis Wattman. Und die haben drei Jahre in Folge die NBA gewonnen. Ich bin eigentlich gar kein Basketballfan. Aber was die gemacht haben, was für eine Energie die reingebracht haben, ist immens. Und die haben es geschafft, mit einem Verein, der gar nicht so gut war vorher, drei Jahre in Folge die NBA zu gewinnen. Dann ist Michael Jordan ausgetreten für ein Jahr. Dann ist er wieder reingegangen in den Verein. Und das Jahr danach haben die nochmal, dreimal in Folge die NBA gewonnen. Das ist unglaublich. Und das ist eine Leistung, an der ich mich orientiere. Davon bin ich beeindruckt. Und das ist einfach ein Spiel, wo ich denke, wow, so will ich spielen. Und klar will ich gewinnen, aber nicht um des Gewinnens willen, sondern, und das hat Phil Jackson, der Trainer, so schön gesagt. Und das ist sofort bei mir reingegangen. Das war 100% Resonanz. Er meinte, manche spielen einfach nur für die Trifee oder nachher um im Fernsehen zu sein oder so. Aber ich mache das für die Energie. Weil ich einfach diesen Moment, wenn diese Männer auf dem Feld sich 100% committen, 100% im Fokus sind. Und alle für eine Sache arbeiten. Weil ich diesen Moment so sehr liebe. Und weil das ein Energiefeld aufmacht, dem man sich nicht entziehen kann. Und das fand dieser Trainer so grandios. Und genau das unterschreibe ich. Das ist, was ich sehe, was möglich ist, wenn ganz viele Menschen einerseits an sich arbeiten, sich entwickeln und dann nochmal als Team gemeinsam für eine Sache eintreten. Michael Jordan hat trainiert wie verrückt. Dennis Rockman hat trainiert wie verrückt. Und dann sind die als Team zusammengekommen und haben für eine Sache gearbeitet. Und das ist ein Bild, so können wir das jetzt gerade sehen. Jeder arbeitet für sich. Jeder macht seine Sachen, entwickelt sich. Und was ist da so wichtig? Was die Ende von Michael Jordan, Dennis Rockman. Die hatten einen Coach. Die hatten Phil Jackson als Coach. Das hätte ohne Phil Jackson nicht funktioniert. Michael Jordan war davor, sagt man, gar kein so herausragender Basketballer. 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 Also Basketballspieler. Aber als er dann den Coach hatte und als er wirklich selber gesagt hat, okay, ich mache das jetzt. Ich setze das um. Ich trainiere. Ich gebe mein Bestes. Da ist er herausragend geworden. Und dieses Prinzip dürfen wir übernehmen. Dass wir uns jemanden suchen, von dem wir lernen. Individuell. Und ich sehe auch, da gibt es manchmal so spirituelle Communities. Da gibt es dann Guru und so weiter. Und einer, ein Guru macht für alle, löst für alle irgendwie alle Probleme. Scheint so. Aber ich habe gesehen, das funktioniert nicht. Aber nicht im Detail. Und jetzt ist wirklich Detailarbeit gefragt. Was heißt Detailarbeit? Dass wir individuell schauen, was ist unsere größte Stärke? Und die dürfen wir jetzt entwickeln. Und da dürfen wir uns Unterstützung für holen. Und was ist unsere größte Schwäche? Oder der Punkt, der uns enorm zurückhält. Und den dürfen wir auch auflösen. Und auch da dürfen wir uns Hilfe holen. Ein Coach, ein Trainer, ein Heiler, ein Berater, ein Mediziner. Was auch immer. Was auch immer das für Punkte sind. Und wir haben einfach fünf sehr wichtige Lebensbereiche. Gesundheit, Beziehung, Beruf, Berufung, Finanzen und Emotionales, Spirituelles. Und lasst uns da reingehen. Jeder. Sei es dir wert, dass du in dich investierst. Dass du zu Menschen gehst, die das Problem, was du hast, schon gelöst haben. Die dir helfen können. Wachse über dich hinaus. Das ist ein Punkt und der ist so, so wichtig. In meinen Augen ist der essentiell für die jetzige Zeit. Und nur so können wir da durchgehen. Wenn jeder sich selbst wichtig genug nimmt und sagt, ich investiere auch in mich. Und ich gebe auch Geld dafür aus. Geld. So viele Menschen hängen so sehr am Geld. Geld ist dann ein Problem, wenn man zu wenig hat. Wirklich. Wenn du zu wenig Geld hast. Und wenn du irgendwie mitarbeiten willst. Und wenn du nicht bist, wie diese Dame, die ich gerade beschrieben habe. Wenn du nicht alles für die Sache gibst. Dann verdien einfach das Geld. Verdien es einfach. Es ist kein Problem. Als ich damals auf dem Bau war, 40 Stunden gearbeitet habe. Ich habe jeden Abend weitergemacht. Da habe ich meine Musik gemacht. Da ging die Arbeit erst los. Am Wochenende habe ich meine Musik gemacht. Da ging die Arbeit erst los. Diese 40 Stunden Rechnung, die ist Quatsch. Was wollen wir denn tun? Lass uns wirken. Lass uns wirksame Handlungen vollziehen. Lass uns an uns arbeiten. Lass uns doch mal denken. Wow. Wir sind hier gerade kurz vor so einem Finale. So einem NBA-Finale. Drei Jahre in Folge. Eine Höchstleistung aufs Parkett bringen. Das ist doch spannend. Und das ist nicht so, und das ist wirklich krass, dass man sich dann ausloggt. Wenn man genügend zurückbekommt. Wenn man sich natürlich auch seine Auszeiten nimmt und so weiter. Die Muskeln wachsen, wenn man sich überanstrengt, wenn man dann Pausen hat. Aber lass uns einen Schritt weitergehen. Ich sage das, weil ich das so häufig sehe, dass das nicht gemacht wird. Erstens habe ich das Gespräch mit einem. Ja, ich will gar nicht erfolgreich sein. Ich will ja auch dies nicht. Und wie sollen wir mit so einer weichen, fluffigen, Kraftaussage irgendwas Glorreiches erreichen? Und es gibt Wörter wie Erfolg und so weiter, Gewinn. Und ich weiß auch, dass viele allein das Wort schon triggert. Warum? Womit verbindest du das? Löst das für dich auf. Dreh das doch einfach um. Geld, Erfolg, Reichtum, Freude, Fülle. Freude, kann man da jetzt rausnehmen was. Aber es sind alles gute Sachen. Ich meine, Freude ist klar. Das wird jetzt keiner irgendwie komisch assoziieren. Also, aber die Worte, dreh die für dich um. Mach die so, dass die stark sind. Dass du da willst. Dass du etwas machen willst. Und was brauchst du für dich? Was ist dein Warum, um dich zu motivieren? Vielleicht brauchst du was anderes. Und kein Erfolg. Das Wort brauchst du vielleicht nicht. Vielleicht brauchst du ein anderes Wort. Vielleicht brauchst du eine andere Idee. Dass wir jetzt hier gemeinsam für etwas Grandioses arbeiten. Vielleicht ist dein Warum die Zukunft des Planeten. Die Zukunft deiner Kinder. Ganz egal, was es ist. Such dir irgendetwas aus, was dich motiviert, über dich hinaus zu wachsen. Das ist eine Sache. Und dann haben wir auch noch die andere Sache der Gemeinschaft. Dass wir schauen, wie können wir jetzt gemeinsam die ganze Sache angehen. Und das ist auch ein Punkt, der unglaublich wichtig ist. Und den sollten wir nutzen. Wir sollten schauen, wo können wir kooperieren. Und da haben wir verschiedene Ebenen. Und auch haben wir da die finanzielle Ebene. Lass uns das aussehen. Viele sehen sich so separiert. Und dann eine Geldtransaktion kann auch gut sein für beide. Das einfach mal in sich aufzunehmen, kann schon so viel verändern. Wenn man viel Geld hat, warum haben so viele Menschen Angst vor viel Geld? Dann kann man so tolle Sachen unterstützen. Es kann ein eigener wirtschaftlicher Kreislauf entstehen, wenn viele bewusste und spirituelle Menschen viel Geld haben. Natürlich nur dann, wenn die Menschen integer sind, bewusst sind, Verantwortung übernehmen. Und das ist eine Voraussetzung. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann können wir das doch entwickeln. Dann entwickeln wir das doch einfach. Das ist doch eine Fähigkeit. Die kann man doch erlernen. Integrität kann man erlernen. Verantwortung kann man erlernen. Über sich hinaus wachsen, aus der Komfortzone herausgehen. Das sind alles Dinge, die kann man erlernen. Bewusstseinserweiterung. Das ist etwas, das macht man. Das ist nicht gegeben. Das macht man. Persönlichkeitsentwicklung, das macht man. Man entscheidet sich dafür. Ich will der in dieser Inkarnation sein, der ich mir vorgenommen habe zu sein. Vor dieser Inkarnation. Und das ist immer mehr als das, was du jetzt bist. Außer du hast all deine Blockaden gelöst. Dir ist völlig egal, was die anderen über dich denken. Und du bist nur mit dem Mittel verbunden. Da gibt es nicht so viele von, die so drauf sind. Die meisten schälen sich um das, was irgendwer im Außen denkt. Darum, was irgendwer im Außen denkt. Die meisten haben irgendwelche Blockaden, Glaubenssätze, negative Emotionen, Mangelgedanken und so weiter. Und die alle halten uns davon ab, dass wir nicht der oder die sind, die wir ursprünglich sind. Die wir vor der Inkarnation waren. Bevor wir diese ganzen Ballast auf uns bekommen haben. Und jetzt gilt es, diesen Ballast abzuwerfen. Frei zu werden. Und da haben wir so viele Themen. Alleine mal das Thema Ernährung. Wie viel Ballast kommt durch die Ernährung nochmal zusätzlich obendrauf? Wie viel Schlacken werden gebildet? Das heißt, es ist wichtig für jeden von uns, die Ernährung sich anzuschauen und ganz bewusst zu schauen, was nimmst du zu dir. Für jeden Sportler ist das wichtig und für uns alle jetzt auch. Wir sind in einer herausfordernden Zeit. Und es kommt auf jeden Einzelnen an. Und es ist so bedeutend, wie du mit dir umgehst und wie du mit allen anderen umgehst. Also, wenn ich sage, nur so können wir es schaffen, dann meine ich, wir können es nur dann schaffen, wenn so viele Menschen wie möglich die Sache ernst nehmen und irgendein Warum finden, warum sie über sich hinaus wachsen. Finde für dich irgendein Warum. Was ist es? Warum ist es jetzt wichtig für dich, dass du über dich hinaus wächst? Dass du mehr gibst, als du würdest, wenn du das Warum nicht hättest. Manche sind motiviert von Geld, manche von Reichtum, manche von Erfolg. Manche sagen dann, oh nee, das will ich alles gar nicht, das will ich abschneiden. Ja, lass doch das für dich arbeiten, lass die Kräfte für dich arbeiten. Die Kräfte, die da sind, lenke sie dann in die richtige Richtung. Was ist das Endergebnis? Das ist ja das Wichtige. Was ist das Warum dahinter? Was ist die Absicht? Absicht. Die Absicht entscheidet doch letztendlich, ob das dann gut ist oder nicht gut ist. Und das können wir von außen schwer beurteilen bei anderen, aber da muss jeder in sich hineinspülen. Was ist meine Absicht? Warum mache ich was? Warum will ich reich werden? Warum will ich erfolgreich werden? Und ich finde es ganz einfach, wenn viele bewusste und spirituelle Menschen reich sind und erfolgreich sind und dann auch noch integer sind, ja dann haben wir eine ganz andere Welt. Dann können die nämlich ganz andere Sachen machen, haben einen ganz anderen Einzugsbereich, können viele andere Menschen wieder beeinflussen. Und da geht eine positive Spirale hier rum und alles wird verwandelt. Da haben wir neue Vorbilder. Das haben wir jetzt für Vorbilder. Das haben die Jugendlichen für Vorbilder. Irgendwelche Rapper, irgendwelche Schauspieler, irgendwelche Sportler, das sind auch gute Vorbilder teilweise, weil die wirklich am Start sind. Aber das ist auch nicht etwas, was wirklich transformiert. Und dann, wenn wir das machen, jeder auf sich selbst einmal schaut, bereit ist, in sich zu investieren, zu gehen, Hilfe anzunehmen, so wichtig, Hilfe anzunehmen, nicht immer alles wissen wollen. Natürlich, in einem Bereich weißt du vielleicht richtig viel, aber das heißt doch nicht, dass du perfekt alles immer durchdrungen hast. Beratungsresistenz, was bringt das? Wenn jeder immer alle Fehler selber machen muss, und ich bin einer, der hat viele Fehler selber gemacht, weil ich auch, wenn ich mich zurückerinnere an mein Leben bisher, denke, mein Gott, Felix, hättest du das eigentlich nicht machen müssen. Wenn du schlau gewesen wärst, schlauer, als du damals warst, hättest du schauen können, was andere gemacht haben, und hättest daraus lernen können, hättest nicht selber auf die Schnauze fallen müssen. Wie häufig muss jeder auf die Schnauze fallen, bis er lernt? Oder lernen wir einfach aus der Geschichte, oder lernen wir von anderen? Das ist, was wahre Intelligenz ausmacht, in meinen Augen. Dass wir von anderen lernen. Und dann, dass wir dieses kollektive Feld stärken und schauen, wo können wir zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit ist wichtig. Dass man dann sagt, cool, ich hab hier was, dann kann ich auch wieder was geben. Wem unterstützen wir? Wem geben wir unser Geld, unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit? Unsere Liebe? Ich habe einen schönen Spruch, ich liebe alle Lebewesen. Wir können allen auf einer gewissen Art und Weise Liebe geben. Aber, wo geht unsere ganz klare Aufmerksamkeit hin? Und wie transformieren wir unser Leben? Und damit auch das Leben der Gesellschaft? Also, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Dich vielleicht ein bisschen inspirieren. Schreibst mir die Kommentare, ich freue mich drauf. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will auch meinen Seelenauftrag hier auf der Erde leben. Und du willst irgendwie anderen Menschen helfen, oder kannst schon anderen Menschen helfen, oder tust es auch schon als Therapeut, Heiler, Naturmediziner oder Coach, dann komm gerne in die Soul-Business-Show. Denn ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht und auch das ganze Team der Van Frieden Akademie, dass wir dir dabei helfen, dass du maximal erfolgreich wirst. Weil wir wissen, es macht einen großen Unterschied, wenn du erfolgreich wirst. Weil du bist ein Multiplikator für Heilung, für Bewusstseinsentwicklung, für Persönlichkeitsentwicklung. Sind wir alle. Aber die, die sich dazu entscheiden, das beruflich zu machen, ganz besonders. Und in meinen Augen haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das beruflich. Oder, eigentlich und, die Möglichkeit ist für jeden da, wir arbeiten konstant an uns selber. Wir haben jetzt die Chance unseres Lebens. Es gibt für alle möglichen Bereiche Experten, wirklich Menschen, die ein Thema durchdrungen haben, von denen du jetzt lernen kannst. Und nimm diese Gelegenheiten wahr. Lern von diesen Menschen. Schau, was würdest du gerne bearbeiten? Was würdest du gerne lernen? Und wer kann dir dabei helfen? Und dann schau, hat derjenige ein Angebot, wenn das gut ist, nimm das Angebot an. Wenn das zu viel kostet, verdien das Geld. Verdien es einfach. Es gehört dann zu dem Prozess dazu. Es gibt einen Mönch, das ist eine tolle Geschichte. Einer von meiner Coaches hat ein Seminar, das ist richtig teuer, 25.000 Euro für eine Woche oder so. Und dann hat sich ein Mönch beworben. Und dann hat er gesagt, ja du, ich habe ja kein Geld, weil wir Mönche haben gar kein Geld. Und dann hat der Mönch gesagt, okay, dann gehe ich einfach zwei Jahre nacheinander, den ganzen Sommer auf ein Schiffskutter und verdiene das Geld. Hat er dann gemacht und dann war er bei dem Seminar. Warum nicht? Das alleine ist doch schon richtig stark. Also, lass uns da reingehen und lass uns einfach mehr tun, als wir denken. Mehr im Sinne von, aus höherer Ebene wird auch mehr erwartet. Weil das, was uns zurückhält, das sind irgendwelche Verbindungen mit der Materie. Irgendwelche Glaubenssätze oder Gewohnheiten. Und die können geändert werden. Jeder Mensch kann Glaubenssätze, Gewohnheiten ändern, Blockaden lösen und neue Gewohnheiten erlernen, neue Glaubenssätze aufbauen und einfach sich selber verwandeln und transformieren. Diese Kraft haben wir alle. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Liebe, dein Felix. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Bitte pass auf, die größte Gefahr auf dem spirituellen Weg. In diesem Video gehen wir auf dieses Thema ein. Es gibt viele Gefahren, was ist in meinen Augen die größte? Und wie kannst du dich davor schützen, dass dir das nicht passiert? Hey, mein Name ist Felix van Frieden, ich bin Gründer der Van Frieden Akademie und wir unterstützen Heiler, Therapeuten, Coaches und Naturmediziner dabei online maximal erfolgreich zu werden. Wenn dich das interessiert, klick hier unter dem Video auf den Link, folg mir auf Instagram oder komm in die Soul Business Show, denn da gehen wir gemeinsam die nächsten Schritte. Was ist die größte Gefahr? Es ist ja so, wir sind voller Begeisterung, voller Euphorie und dann sehen wir das Gute in den Menschen und denken, alles wird bald anders und wir gehen in eine Gemeinschaft, treffen Leute und sind voller Euphorie und Begeisterung. Und in den meisten Fällen kommt dann irgendwann eine Phase der Ernüchterung. Und man denkt sich so, ist ja vielleicht doch nicht so toll, wie es im Anfangsmoment schien. Und dann kommt eine Enttäuschung und vielleicht auch eine Verletzung. Und dann ist die Gefahr, dass wir die Begeisterung und die Euphorie verlieren und alles wieder kippt und wir wieder mehr das Negative, das Schlechte im Menschen usw., dass wir das wieder mehr sehen. Was brauchen wir aber jetzt, um diese Welt neu zu gestalten? Wir brauchen eine Begeisterung und eine Euphorie. Jeden Tag aufs Neue. Was nicht heißen soll, dass man total naiv auf die Sachen zugeht oder alles handhabt und neue Sachen startet. Aber je älter man ist und je mehr schwierige Erfahrungen man gemacht hat, desto schwieriger ist es auch, auf der einen Seite die Begeisterung und die Euphorie wieder hier auf die Materie zu bringen. Man hat einfach so viele Erfahrungen. Wenn man noch jung ist und frisch und deswegen die Kinder sind, die sind jeden Tag wieder begeistert, jeden Tag wieder voller Euphorie. Und irgendwann häufen sich diese negativen Erfahrungen. Und die haben häufig einen so großen Stellenwert. Die sind so bedeutend. Wir Menschen schauen ja in der Regel so eher auf das Negative. Und da hat das irgendwie einen Einfluss. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das sehen und auch, dass wir verstehen, es gibt diesen Teil in jedem Menschen. Jeder Mensch hat alles in sich. Sowohl Sachen, die anderen Schaden zu fügen, als auch Sachen, die anderen Freude und die Liebe bringen. Und nicht jeder kann das in jedem Moment bewusst steuern. Da kommt mal was raus, was einen verletzen kann. Vielleicht ist das gar nicht absichtlich gewesen. Vielleicht ist das einfach nur ein Programm, was lief. Gar nicht persönlich gemeint. Einfach nur ein Programm, eine Gewohnheit, zurückzuführen auf irgendeinem Glaubensmuster, irgendeine eigene Blockade, was auch immer. Und wenn wir das so sehen, dass da einfach Programme laufen, dann müssen wir die ganzen Sachen nicht persönlich nehmen. Und wir können aus einer übergeordneten Perspektive auf die Sache schauen und sehen, okay, wir sind gerade in einer Phase der Heilung. Und in dieser Phase der Heilung kommen viele Dinge ans Licht. Und viele Dinge werden zwangsläufig zu Enttäuschung führen. Weil man kann jetzt nicht mehr viel täuschen. Man kann nicht mehr viel spielen. Es kommt irgendwie hoch. Und dann kommt Enttäuschung. Und trotz dieser ganzen Enttäuschung, trotz dieser ganzen Dinge, wieder ins Vertrauen gehen. Wieder in die Begeisterung gehen. Wieder in die Euphorie gehen. Denn die Alternative wäre die Isolation. Die Abkapselung. Und dann vielleicht auch die Depression. Und ich sehe, dass das einigen Menschen passiert. Und ich kenne auch einige Menschen, die diesen Strudel hinabgleiten. Von denen ich das auch nie gedacht hätte. Aber es kann passieren. Und deswegen ist es so wichtig, da im Vorfeld schon darauf zu achten, dass man sich selber bei guter Laune hält. Und dass man nicht zu tief da reingeht. Nicht zu tief ins Misstrauen geht. Ja, jeder Mensch hat alle Seiten. Aber nur weil einer einmal irgendwas macht, heißt das nicht, dass der immer so ist. Jeder hat viele Facetten. Natürlich ist es schwierig, wenn Menschen total ignorant sind. Und ich verstehe das. Und ich kenne das auch. Und da ist es noch schwieriger, mit Begeisterung und Euphorie weiterzuarbeiten, wenn solche Menschen im Umfeld sind. Und wenn man vielleicht gar nicht anders kann. Also man kommt da nicht raus aus dieser Nummer so leicht. Weil die Menschen sind einfach da. In der Familie, im Beruf, wo auch immer. In deiner Gemeinschaft, in deinem Umfeld. Und die stellen sich quer. Was ist jetzt wichtig zu tun? In meinen Augen zu schauen, was soll das Ergebnis sein? Was ist das ideale Ergebnis dieser Nummer? Wenn was passiert, kann Heilung eintreten. Und wenn wir das sehen und wissen, okay, das ist das Ergebnis. Und wir sind jetzt hier. Was können wir dafür tun? Was kannst du dafür tun, dass das auf direktem Wege eintritt? Und wie können wir dafür sorgen, dass wir jemand sind, jemand sind, der das nicht blockiert? Denn häufig werden gute Ergebnisse blockiert. Von irgendwelchen inneren Gefühlen. Und wie können wir diese Sachen freilegen? Diese Blockaden freilegen. Dass das Ergebnis eintreten kann. Und was braucht es? Es ist so unterschiedlich. Es braucht immer ganz verschiedene Dinge. Aber wir sollten niemals die Begeisterung, die Euphorie verlieren. Und da ist auch wichtig, dass wir uns überlegen, warum machen wir das denn? Worum geht es hier? Was ist das große Bild? Und letztendlich ist doch das große Bild, dass wir hier inkarniert sind, in dieser besonderen Zeit, um mitzuhelfen. Um mitzuarbeiten. Damit diese Erde sich jetzt transformiert und verwandelt. Und das goldene Zeitalter, die neue Zeit, Realität wird. und wir dürfen mitarbeiten. Wir sind in der Mannschaft drin. Wir sind qualifiziert. Du bist qualifiziert. Warum? Weil du hier bist. Die Nationalmannschaft, meine Mannschaft ist jetzt hier eine Fliege, die Nationalmannschaft fährt zur WM mit ein paar Menschen. Das sind die, die sagen, komm, wir gehen aufs Spielfeld. Und wir sind auf dem Spielfeld. Wir sind inkarniert. Wir spielen. Das heißt, du hast dich qualifiziert. Wie grandios. Alleine das schon ist. Alleine aus diesem Grund kannst du schon begeistert und euphorisch sein. Und jetzt schauen, okay, jetzt sind wir hier. Ja, was machen wir? Lassen wir uns jetzt von irgendwem, der uns davon abhalten will, unser Spiel zu spielen, beeindrucken? Gehen wir in die Ecke? Gehen wir vom Platz? Gehst du vom Platz? Gehst du in die Ecke? Oder sagst du, nein, ich bin doch schon da. Ich bin doch jetzt schon in den Bus gestiegen, bin schon losgefahren und bin schon vor Ort. Ja, dann spiele ich doch auch. Mit voller Begeisterung, mit voller Euphorie, mit Teamgeist. Anstatt mich einsam und isoliert in die Ecke zu verkrümeln und beleidigt zu sein und nichts mit anderen zu tun haben zu wollen und nicht mit den anderen reden zu wollen, vielleicht auch mal keinen Fehler eingestehen wollen. Das ist auch so wichtig. Das wird Fehler, wenn wir sie tun, eingestehen können. Weil die meisten können verzeihen. Wenn jemand ehrlich sagt, hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Also, ich wünsche dir, dass du mit voller Euphorie und Begeisterung dabei bleibst, deine Arbeit machst, deinen Auftrag hier erfüllst und dann, dass wir hier gemeinsam ein ganz tolles Feld kreieren, ein tolles Energiefeld, welches es uns allen immer noch leichter macht, in diese Begeisterung, in diese Euphorie zu kommen und die uns motiviert, inspiriert, jeden Tag aufs Neue mit Freude an die Arbeit zu gehen. Und ich meine, Arbeit, alles, was schöpferisch ist. Alles, was schöpferisch ist und was dazu beiträgt, dass sich diese Erde hier transformiert. Es kann innere Arbeit sein, dass wir irgendwas an uns machen, es kann sein, dass wir mit anpacken, dass wir aufräumen, dass wir anderen Menschen helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, alles Gute, ich freue mich, wenn wir jetzt gemeinsam hier was Wundervolles kreieren und es kann nur besser werden, wenn wir mit Begeisterung, Euphorie, idealerweise noch mit einem klaren Plan vorangehen. Aber es gibt ja schon einen großen Plan, aber dass jeder für sich auch schaut, okay, was ist mein Ding? Was ist meine Aufgabe? Meine Gabe? Was kann ich konkret tun? Und wie kann ich das jeden Tag machen? Möglichst jeden Tag, ich meine, da guckt man sich aus, aber das, was da wirklich rausführt, das will doch einfach raus. Solltest du Therapeut, Heiler, Coach oder Naturmediziner sein und wirklich erfolgreich werden wollen, maximal erfolgreich werden wollen, online auch gerade, weil du siehst, online, das sind einfach die Möglichkeiten, die sind da. und du siehst, du kannst den Menschen helfen, dann folg mir unbedingt auf Instagram, komm in die Soul Business Show, denn wir sind jetzt dafür da, um dir zu helfen, dass du maximal erfolgreich wirst, mehr Menschen helfen kannst, in der Fülle lebst und frei bist von irgendwelchen Abhängigkeiten. Also, alles Gute, dein Felix. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.